Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial auf meinem Kanal. Mein Name ist Leo und heute möchte ich dir im Rahmen meiner Serie über Datenanalyse in Google Sheets die DB Mittelwert Funktion vorstellen. Wenn du keine neuen Tutorials und auch Tutorials über Datenanalyse in Google Sheets verpassen möchtest, abonniere meinen Kanal, dort findest du auch viele weitere Videos über Datenanalyse in Google Sheets, Statistik in Google Sheets und natürlich auch Tutorials über Google Slides und Google Docs. Und los geht's wie immer nach dem Intro. Viel Spaß! In vorangegangenen Tutorials dieser Serie habe ich dir ja schon einmal die DB Min und die DB Max Funktion vorgestellt und die DB Mittelwert Funktion funktioniert sehr ähnlich dazu, nur dass sie eben den Mittelwert darüber berechnet, über welche Spalte die du eben auswählst. Und als Beispiel nehme ich da wieder die Tabelle mit den Rennstrecken, denn es wäre ja ganz interessant zu wissen bei der Spalte, wie viele Rennen jeweils an einer Rennstrecke schon stattgefunden haben, wie ist denn der Durchschnittswert über alle Rennstrecken hinweg, wie viele Rennen pro Rennstrecke schon stattgefunden haben. Und genau dafür könntest du dann die DB Mittelwert Funktion verwenden. Und um diese Funktion zu verwenden, tippst du einfach in deine Zelle ist gleich DB Mittelwert, Klammer auf, wählst dann dort die Datenbank aus, also sprich den Zellbereich, in der deine Daten drinstehen. Und ich habe dafür ja hier schon einen benannten Bereich und zwar ist es einmal F1-Circuits, den ich einfach so benannt habe und das ist dann eben das Tabellenblatt mit den ganzen Rennstrecken. Dann das Feld, was ich untersuchen möchte, das gibt dir einen mit in doppelten Anführungszeichen und dem Namen des Kopfes der Spalte, also sprich, was für eine Überschrift hat diese Spalte und das ist in dem Fall Total Races Held. Dann drückt ihr wieder einen Semikolon und dann wählt ihr noch den Zellbereich aus, der eben die Kriterien bestimmt. Ich erinnere nochmal, genauso wie bei der DB Min und der DB Max Funktion, müsst ihr dafür einfach alle Spaltennamen, die ihr in eurer Tabelle habt, also in eurer Datenbank, einfach nochmal aufschreiben und eine Zeile darunter einfügen. Das kann dann als Kriterien verwendet werden, dass wir zum Beispiel sagen können, okay, wir möchten jetzt aber nur den DB Mittelwert von Strecken haben, die zum Beispiel einen Breitengrad von über 20 haben oder einen Längengrad von unter 20 oder eben mindestens 20 Rennen haben, die dort schon stattgefunden haben und am Ende drückt ihr dann noch einmal die Klammer zu und drückt Enter und schon gibt euch dann Google Sheets hier das Ergebnis aus. Also der Mittelwert jetzt über alle Rennen hinweg von allen Rennstrecken ist 14,29, also das heißt im Durchschnitt wird auf einer Rennstrecke 14 Mal gefahren, seitdem es eben die Formel 1 gibt, so wie es sie heute gibt mit dieser Weltmeisterschaft und wir können das auch ganz leicht überprüfen, indem wir einfach einmal alle Zeilen anwählen von der Tabelle mit Google Sheets und unten rechts wird uns dann eine kleine Übersicht angezeigt und hier steht dann auch der Durchschnitt, was genauso berechnet wird wie dann der Mittelwert und hier steht dann 14, das Ganze wird jetzt hier ohne Kommazahlen angegeben, aber das heißt, das stimmt dann auch, was hier steht, beziehungsweise was die DB-Mittelwert-Funktion ausrechnet und mit den Kriterien, das habe ich ja auch schon bei der DB-Min und der DB-Max-Funktion gezeigt, könnte man jetzt auch zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte aber nur den Durchschnitt der Rennstrecken haben, die schon mal mindestens 20 Rennen oder eben mehr hatten auf dieser Rennstrecke im Rahmen der Weltmeisterschaft und wenn ich das dann mit dem Zeichen größer gleich 20 eingebe, sehen wir, dass dann der Durchschnitt der Rennstrecken, die schon mal mindestens 20 Rennen insgesamt hatten, liegt bei 37,45. Also das heißt, wenn ein Rennen mehr als 20 Mal schon stattgefunden hat im Rahmen der Weltmeisterschaft, dann ist das im Durchschnitt 37 Mal passiert über alle Weltmeisterschaften weg, also über die 73, die glaube ich hier bei den Daten mit dabei sind und so könnt ihr dann die DB-Mittelwert-Funktion verwenden. Ich würde jetzt aber auch nochmal ein anderes Beispiel raussuchen und zwar mit den verschiedenen Rennen, also in der Tabelle, wo quasi jedes einzelne Rennen aufgelistet ist, steht auch die Curse Length, also das heißt die Länge der Rennstrecke und das ist ja auch mal ganz interessant zu wissen, wie da der Durchschnitt ist beziehungsweise der Mittelwert und das könnte man dann eben auch ausrechnen. Ich gehe mal wieder zurück in meine Tabelle und da verwenden wir jetzt nicht die F1-Circuits-Tabellenblatt beziehungsweise den benannten Bereich, sondern ich habe einen neuen erstellt und der nennt sich F1-Races. Die Tabelle ist auch deutlich größer mit über 1100 Zeilen und da suchen wir dann natürlich nicht die Total Races Health Spalte, sondern eben einfach den Curse Length und jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit den Kriterien mache. Weglassen kann ich die nicht. Ich tippe einfach mal irgendeine Zelle an, mal gucken, ob das dann funktioniert. Das funktioniert natürlich nicht, also muss ich doch noch einmal zurück und mir alle Spalten-Namen holen. Das sind nämlich einige. Gehe ich jetzt zurück, füge ich die ein und gebe jetzt die richtigen Spalten-Namen an und das ist ein ziemlich langer Bereich. Es geht bis Spalte AL. Was das alles genau ist, kann ich auch gar nicht sagen. Auf jeden Fall müsste das jetzt passen. und dann sehen wir, dass der Durchschnitt, also die Durchschnittslänge einer Rennstrecke über alle Rennen der Formel-1-Weltmeisterschaft hinweg beträgt. 5,4 Kilometer. So könnt ihr die DB-Mittelwert-Funktion in eurer Google-Sheets-Tabelle verwenden. Das war es mit dem Tutorial und ich hoffe, ich konnte dir damit weiterhelfen. Hast du eine Frage oder Vorschläge, schreibe es in die Kommentare. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Tutorials über Datenanalyse in Google-Sheets mehr verpasst. Jeden Dienstag und Donnerstag um 10 Uhr kommt ein neues Video online. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bleib gesund. Ciao. Yo, hold it down, we gon' have a blast.